Herzlich Willkommen zu einer neuen The Forest Folge Willkommen zurück Dann schlafen wir gleich mal wieder Ja, warte Z Hallo, ich dachte du wirst schlafen Was ist jetzt mit dir? Achso, ich hab noch schon die Mauer eröffnet War die kaputt? Wie war die kaputt? Da war doch nie jemand Ja, aber ich hab sie gerade... Nein, auf die Uhr schauen Ah, sehr gut, ja Good Hätte... Ich hätte nur wieder vergessen Ich muss noch was essen Fisch Diesen Fisch in die Hand nehmen Nein, dann halt nicht Ja So Lizard rein Und schon früher hätte ich Ach, verdammt, du hast ihn mir genommen Du hast mein Lizard weggenommen? Nein, hab ich nicht Doch, das war mein Lizard Ich weiß nicht, ich weiß nicht wovon du sprichst Schlückle trinken So, jetzt geht's voran Ich nehm mal das da Und zwar hier haben wir eine schöne Vorrat von Holz gemacht Von Holzloks Und jetzt machen wir die Plattform mal hinten zu Ende Endlich Endlich, ja Und wieder zwei Folgen eigentlich damit verbracht Die Plattform fertig zu machen Das ist echt... Manchmal dauert's echt länger als wie man selber denkt, ne? Sind eigentlich noch Knochen oder so? Ne, leider nicht Ist wieder so ein Stein Oh Gott, zack Jetzt sieht man meine Wurfkünste Pass auf Ah, jetzt hat er Ich glaub ich treff den Baum Wo bleibst denn du jetzt? Du brauchst immer so lange, um dich fertig zu machen Geht los Kapitän Auf geht's Bleib mal wieder in die Ecke hier Brumm 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 Wenn uns mal langweilig ist, können wir auch mal nen Dock bauen Oder nen Steak Da gibt's irgendwas, was man bauen kann, ne? Ich frag mich dann, ob man, wenn man diesen Steak oder diesen... Fuck it Bist du ins Wasser gefallen? Ja Mein Gott, du Opfer Ob man dann da sein Floß festbinden kann, wenn man es gebaut hat Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das wegschwimmen würde Ich bin da weg, tschüss Scheiße, du hast es doch geschafft Du Bastard Ich kill dich Ja, guck, du kannst es nicht, Mann, Mann Fahr halt Du fährst den Scheißzug Wieso? Ich fahr doch super Das Zuckel-Ding wie frumm, das ist... Ja, übel Zick, zack, zick, zack Zick, zack, zick, zack Wow, wunderbar Ich hab so das Gefühl, das sollte nicht so sein Alter Und schon wieder tust du es wegschubsen Ich hab gar nichts gemacht, das war... Das war gar nichts Halt die Klappe, ich hab nichts getan Alter Okay, geht los Ich steh mich wieder in meine Ecke, da funktioniert es immer ganz gut Das ist besser Siehste, bei dir macht das genauso Nein, schau mal wie schön ich fahr Voll schön abgehackert Alter, wenn du... Weil du vorhin schon gesagt, wenn es mal langweilig ist, ne? Also vor dem Patch hat es irgendwie besser funktioniert Auf mich schon, ne? Also... Weil das ist echt abgehackt, irgendwie von... Naja In vier Tagen kommt ja der nächste Patch Der steht übrigens immer im Menü, wann der nächste Patch kommt Ja Das wär cool eigentlich Könnten sich ein paar andere auch mal so... in der Scheibe abschneiden Daisy Oh gut, er wird dann ein halbes Jahr stehen 300 Tage bis zum nächsten Patch Und dann werden zwei Bugs irgendwie gefixt oder sowas Das ist echt traurig bei Daisy Nach ein Jahr So ein Update Die Zombie-Fans sich jetzt anders an Das Wichtigste immer dann Machst du Scheiße Hast du das jetzt gemacht? Achso, du machst es da und ich nehm sie da wieder aus Sehr schön Du bist so Oh, ich bin fertig Nein Ich bin voll Geht los Wieso kann ich jetzt nicht? Okay Es geht los, fahr jetzt Ja, ja Das ist denn jetzt bestimmt doch mal deine Liebe Na, 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 na Ich seh nichts Ich hab keine Ahnung, wie ich ihn fahr da Auf links Was? Jetzt seh ich's wieder Doch, das muss reichen Das muss jetzt einfach reichen Aber bei der Plattform brauchen wir doch eigentlich überhaupt keine Wände, oder? Erstmal Erstmal nicht, nee Das machen wir irgendwann, wenn es wirklich Wenn wir... Nach dieser Wahl will ich so Aber wenn es uns langweilig ist oder so Ach komm, schon Wie viel brauchen wir noch? Nein, ich fuhre noch Elf Stück noch Das passt doch perfekt, glaub ich Elf Stück, genau Oh, da können wir uns gleich mit Sticks ausrüsten Oh, da sind wieder zwei Ja Der läuft grad auf der Stelle, der macht einen Moonwalk Bei mir Ich seh' ihn gar nicht mehr Okay Hey Was war das jetzt? Wie viel haben wir jetzt da drauf, weiß ich jetzt gar nicht, weil wir... Komm schon, nimm halt diese Scheißdinge da Warte, wir haben jetzt Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Oder? Jo Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Ja Dann lass ich den da Und ich fülle mich mal mit Sticks So Hast du auch Sticks dabei? Ich kann keine mehr tragen Okay, wunderbar Ah, warte Hm Steine, ja, genau Wollen wir auf, fürs Lagerfeuer Achso Achso, dann bin ich eh voll Okay So Geht los Ich bin scheiße hingefahren irgendwie So, so Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Oh, ich bin runtergefallen Oh nein Komm wieder hoch Warte ich vor rückwärts Das ist einfach so schnell hoch schafft, verstehe ich nicht Alter, das war fast ein 360 Pass auf Hallo So Jetzt schreibe ich wieder mal ne Ecke, weil dann funktioniert das eigentlich immer besser, wenn ich in diese Ecke stehe Ich glaube das hat echt was damit zu tun, wo die Person steht Wo das Gewicht verlagert ist Ja, bisschen physikalisch ist das Spiel schon Na los jetzt Back halt nicht so rum So, sehr schön Wow, alter Oh Gott, oh Gott Jetzt hab ich schon gedacht, dass irgendwie Spiel kackt ab ist Als ob man so hell war Mach den letzten Schritt Ja, nice Es regnet Oh, wir sollten vielleicht ganz schnell das Regending da bauen Sehr Oh ja, das ist ne Idee Dann pflanz es mal Weil ich habe meine Schildkröten Sturge Ähm Pflanz sie das hin Ich hau das Lagerfeuer hin In die Mitte rein, das Lagerfeuer Schon, oder? Ja Oder ne Ecke Das tu ich auch Die Ecke hier so Hup Dann das direkt da drunter, damit das schon abkommen kann Nein Nein Nochmal So Ja, das pflanz ich dann die Ecke, oder? Oder in die Mitte, ne? Alles pflanz ich direkt in die Mitte Das ist ganz cool So, es ist so ein Weg, das Ach du Scheiße, ach du Scheiße Na toll, hast du noch zwei Rocks dabei? Ja, Moment Ich versuche hier gerade Irgend hier zu kommen Ah, sehr schön Oh Gott Inventar Wollten wir noch irgendwas bauen? Ich bin mir grad nicht sicher Ja Wir wollten noch den Stickholder bauen Ah ja, genau Den Stickholder Und jetzt, eh Ich weiß, ihr werdet mich dafür hassen Aber Nein, 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 nein Ach da Ihr werdet mich dafür hassen Aber es muss sein Es tut mir leid Was tust du? Ein Bett Scheiße, stimmt das Bett Ich habe die Sticks für das Essen Nein Ach verdammt Na gut, dann holen wir noch paar Stickily Sticks Und Stickily Sticks Okay Und wir brauchen Hasenfeld Yay Jippie Jippie Vier Stück Aha Ja, um Dann ist ein Sticks da rein So Und dann Brauchen wir noch irgendwas näher So Wir müssen Sticks ausrüsten Ja, wenn da keine Loks auf dem Floß sind, dann geht das schon besser Und dann Fuck das sei nicht so Eigentlich hätten wir den zuerst bauen müssen Ja Wir sind ziemlich doof Du bist doof Wieso? Ich weiß nicht, du bist einfach wie das ein Flash Wir sind zusammen Schaust du eigentlich viel Serien und Filme, oder? Joa 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 Joa, ja gut Ja gut Ha Alter, wie schnell das Ding leer ist Glaub ich würde jetzt mal auf Ah Also ich fand Breaking Bad richtig gut Aber mir gefällt auch Game of Thrones sehr gut Ich, da bin ich ungeblätzt Ein Mikro wäre jetzt bei dem Und jetzt bin ich gegen mein Mikro gekommen Entschuldigung, meinst du dich komisch angehört? Ähm Bei Game of Thrones bin ich bei der zweiten Staffel stehen geblieben Weil es ich Irgendwie Ich habe die ersten fünf Folgen in der zweiten Staffel geguckt Da hat es mich irgendwie so gelangweilt, dass ich Aufgehört habe Ne, also ich fand Game of Thrones richtig da Sehr schön Dann Jetzt pass auf Hängen wir gleich was hin Nein Ich habe ein Bein Wieso habe ich ein Bein? Wieso habe ich ein Bein? Wieso habe ich... Wieso habe ich... Wieso habe ich... Das ist nicht so scheiße Moment, habe ich noch irgendwas? Nein Hast du noch ein paar Sticks eigentlich? Nein Ich habe es ins Bett reingeschlossed Nicht Ich habe vier Sticks Nein, ich habe eigentlich... Doch, ich habe nur vier Sticks Das könnte funktionieren Muss aber nicht Aber es könnte funktionieren Bin ich mal gespannt Jetzt pass auf Das ist nötig, will ich fahren Das ist nötig, will ich fahren Ah ja, das ist doch mal ne sehr gute Idee Hallo, ich will es anzünden, warum kann ich es nicht anzünden? Ach jetzt Jetzt habe ich nur noch ein Stick Ja, weißt du was dunkles oder so, weißt du? Weil das ist echt dunkle Magst du denn auch ein zweites hin bei unten? Das ist symmetrisch auch schon Ja, schon, aber ich habe keine Sticks mehr Aber lass uns erst mal das Bett ein bisschen fertig machen Ich wollte das nur mal so zur Orientierung Jo, gute Idee Ah, mir kommt gerade Ich habe vergessen, Steam Offline zu tun Gut, nächste Folge, nächste Folge Steam Offline Erinnere mich mal daran, wenn wir fertig sind mit der Folge Ich glaube, wir müssen erstmal ein paar Sticks holen Ich habe wieder meine Sticks Du kannst ja schon mal Sticks holen Ich war noch ein bisschen drüber Was schön ist, es hat kaum Ausdauer Jetzt habe ich Hälfte der Ausdauer noch Wenn ich nichts getan habe eigentlich Ich wusste ja Ja, du hast geba... Oh Gott! Du hast gebaut Ach du Scheiße! Herzlichen Glückwunsch Das passiert, wenn man alleine fährt Es ist Tag, aber ich traue mich alleine hier nicht ganz aus Also das ist echt Mittlerweile Ich bewege mich nicht weit weg Ähm Sieht so scheiße Ich habe gerade mit der Axt gerudert Ich will nichts sagen, aber Habt ihr ja auch gerade die Dola-Kose gesehen? Dola... Äh... Dola... Cola-Dose gesehen? Dola-Dola-Kose Ich wollte eigentlich Dose sagen Und dann wollte ich... Jetzt habe ich wieder so einen Kackstein in der Hand Ich hasse es, wenn du Büsche kaputt schlägst, aber dann nicht mal ein Stick rauskommt Ja Ich traue mich nicht zu weit raus Da ist nicht... Gut, also für vier Sticks brauchen wir jetzt noch für Spitz Und falls du irgendwelche Hasen siehst, ne? Du weißt, was du tun musst Ja, die ich denn wieder nicht erwische Warte ich schon mal ganz kurz in unsere Fallen rein da Ja, das ist eine gute Idee Ach Gott, wo waren die denn? Oh ja Ich hab direkt drüber geworfen Da müssen die doch irgendwas sein hier, oder? Ich hab direkt drüber geworfen Das kannst du, ey Hallo Jawoll So Ein bisschen was zum futtern habe ich auch gleich Ich hab Re Erlegt Na gut Kriegt man da eigentlich gleich mehr? Oder? Also die Fallen waren nicht... Alter, da kriegt das richtig viel Voll Nicht eine Nicht eine Aber waren die ausgelöst wenigstens? Ja Beide waren zu Ey, es regnet jetzt schon wieder Es regnet jetzt noch richtig viel Ah, ich kann keine Sticks mehr nehmen Es wäre doch cool, wenn man irgendwie so einen Stickkorb hat, den man auf den Rücken schnallen kann Ja, Mann Das wäre geil Das ist eine echt gute Idee Das kannst du gleich mal den Entwicklern schreiben Oder ist ein Hase? Hase, 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 Hase Bleib da Weil das gibt's jetzt für die Baumstämme? Ja Ich trau mich grad echt weit raus, weil ich grad einen Hasen jage Aber ich will diesen Hasen haben Man muss Opfer bringen Alter, das ist echt schlimm Jetzt ist mein Ausdauer weg Jetzt ist er weg Den kriegst du nicht, auch wenn er mal kurz stehen bleibt und dann runter Ja, ich stocher der ganze Zeit mit meinem Speer drauf Ja, ich auch Weil ohne Speer brauchst du's gar nicht versuchen Weil mit der Axt geht's nicht Ja, ich hau ja auch grad die ganze Zeit mit dem Speer drauf Achso Okay, ich hör den Schrei Ich bin wieder Ich hau mal wieder ab Oh fuck Was? Oh Shit, bei mir sind zwei Typen Ich hab die nicht gehört Ich hab die nicht gehört Überlebst du's? Oh fuck, drei Leute Ach du Scheiß Überlebst du's? Ja, 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 ja Ich hab geblockt Wo, wo Ich bin gleich da Halt los Tja, Schwede Alter, die haben mich grad so geschockt Warte, schnell meine Waffe auszurusten Da, hä Wo? Alter Ach du Scheiße, ey Irgendwann Bin da Uah Ähm, hallo? Nein, ich, ich Nein, es macht bei mir Nein Bitte nicht Oh, jetzt Komm Immer zusammen auf einen Ich glaub das bringt's echt Einer ist tot Ja, ich geh lieber auf Nummer sicher Einer blockt immer der andere Haut drauf Gut, da haben wir müssen treffen Harkurt sagt, ich treff grad gar nicht Und meine Rüstung ist schon wieder ganz unten fast Halt wieder, wieder da Halt wieder da Ich hab fast keine Ausdauern mehr So, wo ist der andere? Scheiße, Mann Warte, ich nehm dir eine Leiche Nimm die andere Leiche Ja, ich nehm die andere Leiche Mann, ich will nen scheiß Hasen Ich will nicht wieder, dass das Bett wieder fünf Jahre dauert Oder aber ich glaub das Bett ist jetzt nicht so schlimm Ich meine Ja, das Das würde nicht direkt angegriffen Ich hoff's zumindest nicht Ich geh wieder auf Hasenjagd, ne? Ja, ansonsten warten wir halt die ganze Nacht da draußen Ich glaub das eine ist echt Ich glaub die hauen echt ab Wenn so einer stirbt oder so Werden sie defensiver Ne? Und wenn die zwei sterben Haut der letzte ab Dahinten läuft er Ich seh ihn richtig Dann könntest du mit nem Bogen erwischen Warte, ich muss schon mehr was zu essen machen Ok, ich bin voll mit Sticks Eigentlich hätte ich auch gleich abladen können Wenn ich schon mal da war Ah gut, dass du das sagst, kann ich gleich machen, ja Ja, die brennen aber lang vor sich hin Hey Skoll, warte mal kurz Wo bist denn du? Wo bist denn du hin? Ach da Schauen was ich hier hab Willst du mich verarschen? Ja, ich hab wieder so nen Kack Stein Ich wollt's dir nur mal zeigen Da! Ach das ist nur... Ja, das ist einer Der läuft wieder Der läuft da schon immer Nein! Ach! Oh, warte, das sind doch irgendwie Das sind doch mehr Oh, drei, schon wieder drei Das kann doch nicht sein, alter Der starke Kommen von vorn Lock, ich hau drauf Alter, wie das funktioniert Richtig, ich hab nicht mal Schaden bekommen Bitch Ich auch nicht Aber der ist am Rücken Der spawnt bei mir erst, wenn der tot ist, ne? Nee, bei mir nicht Ich mein den nur Darf ich mir die paar Knochen nehmen? Ja Ah, das bin jetzt hier Naja, gut Ähm... Wie viel Stuhl hast du? Ne So nen Futzl Na, keine Ahnung Ja, dann mach du noch Welche irgendwie Hat Ah, scheiße Zwei Knochen bräuchte ich noch Ja, die kommen gleich Ach, die Folge ist eh schon wieder oben Machen wir hier gleich Cut Ja, das wär vielleicht Ganz gute Zeitpunkt Schöner Abschied Schöner Abschied Wie da sein Arsch brennt Okay, dann ähm Joa Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und Bis zur nächsten Folge Ciao Bis zur nächsten Folge Ciao